Musik Die meisten, wir müssten Scheiße irgendwann zurückzahlen. Genau für diese Leute stehen wir heute alle hier und beim nächsten Mal, also morgen, wenn es 70 Uhr vorm Landratsamt eine Demo stattfindet, da müssen noch viel mehr Eltern zusammen mit ihren Kindern dort stehen. Dann wird es eine ungeahnte Krankheitswelle unter den Kindern geben, weil das Immunsystem geschwächt ist, liebe Freunde.